Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Sankt Paul LLP, mit Jonathan und Christian. Und zwar nicht zu New Super Mario Bros. U, sondern zu New Super Luigi U. Rico hat mal wieder was Neues zum Schauen. Das haben wir schon mal angefangen, aber wir machen eine neue Datei. Wie für eine Dreier. Wir wollten ja eigentlich zu viert spielen, aber der eine Kerl da, der konnte nicht. Der ist gestorben. Ja, der ist an Aids gestorben. Nein, tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Er wollte unbedingt Christian Paroli bieten, aber kann ich nix dafür. Ja, Christian ist im Aufsicht der Gelbe Tod. Und Holger ist Peach. Ja, ich bin die Kappe von Mario. Ich kann damit rumfliegen. So. Ich muss mal wieder. Die Lautstärkung ist gleich geblieben, oder? Ja, und auch die Oberwürde. Aber trotzdem, bist du ein Leister-DLC für 20 Euro? Ach nee, das ist nicht. Mach leiser. Äh, lauter. Du brauchst ja in einem Monat oder so auch für 30 Euro im Laden wohl. Ja, als wär's das Re-retail-Version. Mhm. Was du lauterisch? Ich hab keine Ahnung. Und was die Frage ist, wo ist Mario überhaupt hin? Duschen. Ja, ich kann duschen. Weixen im Bett. Schläutergang. Mit Peach, die wollte gar nicht mehr bewegen. Er lässt Luigi nur in dem Klauen, damit er nicht denkt, dass er ein Fässer ist. Ja, 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 ja. Guck mal, da ist noch 10. Nein, ich. Okay, das ist neu. Nein. Und es ist ja eigentlich auch neu, dass er alte Mario-Mütze liegt und nicht Mario sitzt. Echt? Hä? So, das Let's Play wird so ablaufen, dass wir 100% machen, ist klar. Und wahrscheinlich auch jeden Luigi uns angucken werden. Ja. Und wer von euch möchte, dass ich das Mondblöckchen suche, schreibt das bitte in die Kommis, weil Holger hat mich gerade geschlagen und hat mich nicht gelassen. Ich hab die nicht geschlagen. Du hast mich geschlagen. Fiedler, auf geht's, Fiedler. Was ist mit dem Fett? Rico, Fiedler guckt das doch gar nicht. Doch, Fiedler guckt. Rico, bitte unter die Kommis schreiben, in die Kommis schreiben, spammen, besser gesagt. Christy, such das Mondblöckchen. Guck mal, da ist Mopsy. Das Tolle ist an Mopsy, dass er nicht verletzt werden kann. Ja, das wäre ein Abschnitt. Bitte, bitte, ich will das Mondblöckchen. Nein, im ersten... Du kannst in 2, 2 damals, wo du das Mondblöckchen hast. Okay, okay. Guck mal, da ist schon der erste Pixel, Luigi. Okay. Der war einfach zu finden, der Christian. Oh Gott. Ich kann ja gar keine Power-Ups benutzen. Ach, nee. Stell dir vor. Oh Mann, dieses Spiel. Wartet mal an mich. So, erste Sternmütze. Ach, der Yorah, der kann ja gar nichts. Oh Mann. Ich will die immer aufsammeln. Nein! Hey, klar. Hey, Mann, ich kann den. Kann der Luigi jetzt auch... Der Tor ist auch so richtig. Ja, natürlich. Echt? Ja, ja. Alter, Mann. Sorry, ich bin nicht dran schuld. Das war knapp. Wir sollten uns auch nicht so oft natzen ansonsten. Kommt jetzt mit, Mann! Letzte Starcoin. Oh nein! Fuck! Gerne ich! Ihr könnt doch keine Teamarbeit machen. Na ja, was sollten wir jetzt noch machen? Schon mal schön, dass wir im ersten Part gleich im ersten Level schon... Ne, ne, ne. Ja, was verpasst haben. Ja, aber immerhin gleich im First Trail hast du die Schnapszahler wünscht. Ja, aber da ist doch keiner gestorben. Ne, ne, ne. Deswegen wollte ich ja schon zum Ende... Ja, 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 das war's auch. Das war's schon. Ja, ja. Okay, dann nochmal. Kann ich was sagen? Nein. Oh, warum musstest du furzen? Er warst du leichter. Ja. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass der lauter auswirkt. Wäre irgendwie schon episch, wenn Cosimo irgendwann in den Part hier einbrechen würde. Ja, ich komme. So, letztes Dark, wenn ihr wisst, wo sie ist. Nein. Okay. Ja, Blase machen wäre nicht schlecht. Wenn du nicht hinterherkommst, kann ich auch nicht so viel. Hui! Ja, ich hab's noch nicht mehr. Oh, absolut. Ja, hol dir auch... Ja, genau, ich geh das ganze Level durch mit Rutschen. Oh, Mopsi. Oh, Mopsi. Genau, ich mach Moonwalk das ganze Level durch. Ihr wisst schon, dass die Zeit... Ja, ich kann nicht dauerhaft schwimmen. Nein, 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 ich brauch! Danke. Wieso haben wir jetzt noch nicht da angekommen? Ja, da gibt's noch ein paar. Ja, gerne. Schon klar, aber ich kann die holen. Das wird Risiko. Dann holen. Go, Jonathan! Oder Moiga. Okay. Yay! Nein, Jonathan! Ah, stopp! Ja, das ist jetzt Leben super. So, Mopsi. So, Mopsi. So, Mopsi. Ah! Ja, what the... Ja, boi! Was ist der Teufel? Ich krieg also all die Power-Ups, die ich sammel, erzworen hab zurück. Oh, Janice. Oh, wie nice. Jetzt suche ich das Moonwalkchen. Moin. Im Schieferbergwerk, okay. Wow! Schieferbergwerk! Finkt von mir aus. Also, auf geht's. Hier ist der erste Star-Con. Ich will jetzt eigentlich auch mal wieder getroffen... Oh, das ist mal wieder... Warte, gimme, 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 gimme... Fick dich. Sorry, sorry. Uwa, hörst du schon jetzt mal raus, guckst. So, ich... Nein, 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 nein! Dammit. Ich sag, ich kann, aber ich mach das. Dammit. Wir brauchen hier Tanuki. Nur zu einfach. Tanuki? Ja, für letztes Star-Coin. Für letztes Star-Coin. Ja, was für ein Star-Coin. Ja, Entschuldigung. Ich kann hier einfach durchschen, aber... Aua! Nicht kaputt, Mann, nicht kaputt, Mann, hier. Meiner! Wow! Aua! Ja, Tan, was sollst du jetzt? Aua, schloch! Aua! Küsst er nur nirgends, ehrlich gesagt, mit deinem Upsen. Oder? Nein! Nein! Bete, nu, nie, nein, 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 nein. Vorgang, jetzt mal, die letzte Star-Coin. Oh, nein, 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 nein. So, das go-do, das. So, das... Bete, 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 bete. Wow! Ich hol die. Geh weg. Und kommst du mich hin? Da war auf die Mon機, ich hab's gesehen. Da war am Montag, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, wow. Geh holen. Oh, und nicht. Geh holen, geh holen. Vielleicht kann ich das jetzt Platzbomben benutzen. Ja, ach, ne. Nur wenn du es aktivierst. Hier kommt was so drüber. Ja, mach doch Plattformen genau. Ja, stimmt eigentlich. Wir müssen das eigentlich mit Tanuki. Kein Tanuki. Mal mit dem Eichelanzug machen, aber Eichelanzug. Ich bleib mal hier stehen. Oh, ein blödes Talibutut. BTF war es. So, letzter Starcoin. Und hier das Secret Exit. Und das Luigi's Secret holen wir nach, wenn wir jetzt das normale Level nochmal machen. Jo, du bringst 15 Sekunden. Ja, ach, wirklich. Oh, warte mal. Hey, hast du mal zugefallen? Nein! Ja, ich hab's noch angekommen. Hey, die Mopsi, schaut euch mal die Mopsi-Flag an. Ich will one-on-ins-Krieg nicht. Ich glaube, was, wieso nicht? Ja, weil wir nicht alle im Ziel waren. Wahrscheinlich deswegen. Ah, okay, das macht Sinn. Probably. Okay, wir können schon gleich zum Secret Exit und damit schon in Welt 5 gehen. Zu den Limonaden-Dschungeln, aber... Aber das machen wir doch nicht. Kein Bock. Wir machen zwar ein Secret Exit-Level, aber... Nö, nö. So, ich sollte nicht vergessen, auf die Ohre, auf die Kamera zu gucken. So, haben wir nochmal das normale Level jetzt erst. Nö. Wir gucken uns das hier an. Bowser fahren nach Paulo. Waiter. Ich weiß auch nicht. Okay, weiter nochmal. Schieferbergwerk. Im Original hier ist es ja schiefes Bergwerk und hier ist Schieferbergwerk. Also, ich glaube mal, der ist schiefes Bergwerk. Zwei 1-Up-Sünder, alles klappt. Mopsi ist ja total ober-Powered. Ja, ach ne. Ja, dann auch noch einer. Das erste Power-Up in seinem Geld. Nach dem Super-Bit. Das wäre für mich... Für mich... Dann wäre für mich jetzt schon vier 1-Up-Sünder gewesen. Cool. Alter! Arschloch! Was macht ihr denn das? Was hast du? Du hast mich angesprungen und dann bin ich zu Bootsalermann von unten gegangen. Was? Das war ja erst der Tor der 2-Up-Sünder. Christelle ist jetzt auf einmal gestanden. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich geworden. Könnt ihr mal bitte kommen, ey, alter? Oh, ma. Können wir die einfach durchrutschen, die Suche? Hey, das ist ja noch Mondblöckchen. Bin ich eigentlich blöd? Ich will es haben! Ich glaube, das erscheint random. Ja, kann wirklich sein. So, jetzt bitte alle ins Ziele. Nein, zuerst noch das Lied. Kann ich eigentlich mit Mopsi hier blöcke? Dass ich hier blöcke? Ja, ich kann mit Mopsi immer blöcke zerschlagen. Wie geil. Warum machen? Mann, Juni! Für Christian. Wieso ist das jetzt eine Luigi-Flop-Flagge? Du kriegst... Ja doch, du kriegst eins. Es ist nur eins. Tja, don't ask. Es tut mir leid. Sorry, sorry. Hubala! Christelle hat die Fritz. So, wir machen... Der Druck ist zu groß. Ich geh gerade aus. Okay. Äh, abgebrannt im Ritzelturm. Christian, untersuch mal wieder die Overworld-Karte, geil? Ja. Ah. Naja. So, das ist nicht so ohne, wie jedes Level hier, aber... Naja. Ja, ich meine... Die könnte ich holen! Und auch nicht! Ich mach's so, wie es... Einer spielst, der im Einzelwoar ist. Danke. Danke für den Tod fast. Hey, danke. Ihr wisst schon, dass es auch Zeit ist. Ja, aber was machst du eigentlich? NEIN! Das war knapp. So knapp. Wohnblöckchen! Nein, lass mich! Ja, sorry. Wuh! Hey, was, wo bin ich denn? Mach doch einfach blase. Wo bin ich? Ja? Nein, ich finde was cool. Ach, Mopsy kann kein... Kann kein... Kann... Kann Mopsy keine Sterne bekommen, weil er es ja sowieso unverwunden war. Was für Sterne? Wenn ich einen Power-Stern finde. Ein Mondblöckchen? Ist es ja eigentlich so, dass... Okay, das war unnötig, aber naja. So, das Luigi's Secret, wo ist es? Da ist es. Hier unten. Ja. Okay, geschehen. Tada! Gefunden, alles im First Drive. Eidou Blase. So, Power Up. For me. And... Rrrr... Reinens. Man kriegt nochmal 100 Sekunden extra Zeit. Ja. Das können wir auch so schaffen. Den Kerl zu bewegen in 9 Sekunden, aber... Naja. Kann ich nicht. Alter. Das war... Neuer Blum, das ist lange reinens. Und mit Mopsy auch. Okay, das ist doch nicht nervst. Du hast gesagt mit einem einen Level, jetzt reicht's. Na bitte, bitte! Das waren zwei Level! Ich will ein Mondblöckchen suchen. Komm, ich hab doch keinem geschadet. Dann, 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 ja, dann... Jetzt schweiß ich lebendig. Ja. Die Mondblöckchen seit dann, ich hab mir nicht vorhin drei Uhr nach Mondblöckchen. Dann machen wir noch und zwar den Secret Exit. Du wieder? Okay. Heute kriegen wir sauviele Partzen. Hab ich das Gefühl. Partzen? Ach so, du meinst, weil wir so schnell durchkommen. Partzen, hab ich gesagt. Kann Mopsy Yoshi benutzen? Weil nicht. Ich glaub nicht. Yoshi kommt der nächsten Partner. Äh, guten Appetit! Boah. Eigenheil des Cheatschen. Ich lass mal nach links gehen. Äh, also wenn wir unter Röhren sind. Ja, ach nee, da gibt's einen Stern. Äh, stimmt. Ach, ich bin ja immer noch Mopsy. Geh doch mal rein hier! Ja. Heilig Wild Papa. Ich hab doch eh schon Heilig Wild. Ja, weil Mopsy so ist. Ja. Wir sollten keine Zeit verknüppern. Das ist natürlich klar. Ja. Schau mal wie der, wie der bestimmt. Ja, natürlich geht's da rein. Boah! Das war scheiße. Der kann mir nicht. Hey! Du Schwein! Alter kommt mal! Entschuldigung! Ich quetsche wegen euch. Ich hab weggedrückt. Weggedrückt. Ja, holt sie. Ich hab sie hier. Holt sie. Ist doch scheißegal von den Gegnern. Nein! Pfff! Ach! Geh weg! Ach scheiße, man kann's nicht an dem verrecken. Schade. Oder? Doch. Er kann verrecken. LOL! Der Fisch kann ihn ernsthaft weisen. Guck mal, da ist das Luigi's Secret da 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 oben! Ja, jetzt ist es weg. Aber man hat's gesehen und das ist ja aufgezogen. Heiter! Jetzt geht doch mal! Christian kann sich selber befreien. Das ist gut. Da oben kommt jetzt gleich eine Starcoin raus. Moonblöckchen! Und oben drüber gibt's auch noch was. Ja. Ich merke's auch. Nein! Nein! Ich wollte Moonblöckchen. Das ist ja so overpowered mit seinem... Keine Ahnung. Mit seinem Mopsi genau. Wuuu! Ja, oder? So. So, auf geht's zum Ziel! Fangst du vielleicht raus? Ja, wir sind schon beim Ziel. Alter, wie kurz die denn jetzt sind? Ja, nee. Wegen der Zeit. Oho! Was machen? Entschuldigung! Wana! Chimona! Oh, Chimona! 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 Mopsi Flagge! Die ist richtig heiß. Mopsi... Oder? Wir machen doch noch ein Level. Wir haben gerade mal 13,5 Minuten. Okay, machen wir noch eins. Okay, noch eins. Aber wir müssen uns jetzt unbedingt noch auf den Weg zu dem... Simonaden-Jungel angehen. Das ist fast schon Speedrun, was wir hier machen. Ach nee. Das ist schlimm. Speedrun 100%! Mit Luigi. Secrets. Holger kennt ihr die Secrets. Ich kenne sie nur bis Welt 2. Mehrerweise nicht. Ich kenne sie bis Welt... 6. Alter, der hat das Spiel nicht mehr. Ja, ich schaue eben viele YouTube. Weil bestimmten YouTuber... Keine schlechten Momente. Ja, dieses Sackgesicht. Übrigens, die Oberwelt ist gleich geblieben. Nein! Da gibt auch noch ein Blöckchen in der Oberwelt natürlich. So, Maulwurf-Jagd am Yoshi-Hügel. Oh, jetzt ist es sick. Oh nein, das ist nur Yoshi-Hügel oder? Gibt's hier hinten was? Nein, da gibt's nichts. Mundblöckchen! Doch, gibt's! Da drüben, Mundblöckchen! Das ist mir jetzt vollkommen egal. Schade, ich hätte es gerne anbezogen. Da drüben, da drüben, da drüben. Ach so, Alter! Tja, das war verdient. Ich hab ein Pistarcoin geholt. Das war verdienter. Kommst du mal wieder langsam. Denn hier gibt's einen. Geh weg mit deiner Plattform. Alter, ich wollte mich nur holen. Ich wollte mich nur holen. Danke, wir töten mich. Und Chris, ich krieg wirklich keinen. Nicht holen. Kann ich ihn wirklich nicht holen? Ups! Hä, ich hab eben noch. Oh, yo! Oh, yo! Oh, yo! Hier gibt's zwar keinen mit Starcon, aber Münzen sind immer schön. So, wir sollen uns wirklich beeilen. Holt, holt einen mit Starcon, ja. Tja, ich hol sie. Christian, du bist lame. Ach so, ich kann ja auf den rumspringen. Ja, nee, kannst du auf den rumspringen. Pass drauf. Kuba-Panzo. Ich hab alles unter Kontrolle. Okay, warum brauchen wir den Powerblock? Ja, gleich. Kommt. Boah. Warum hab ich losgelassen, Alter? Na, ist egal. Oh, sorry, sorry. Ist doch eh egal. Luigi ist da, übrigens. Oh, da ist noch einer. Ja, da ist Luigi. Das ist in der Mauer. Wo ist die Starcon? Wo ist die Starcon? Die Starcon kommt. Ja, die kommt noch her, stimmt. Die ist ganz am Ende. Hier, Jotan. Du, du, du. Oh, scheiße. Oh, du bist dumm. Geh schnell! Nein! Ah! Danke, Christian. Kein Ding drinken. Ich hätte ja noch so schnell abspringen können. Wuh! Wuh! Entschuldigung. 24 Euro. Entschuldigung. Und es ist irgendwie doch nicht so, dass ich mit allen drei ins Ziel kommen muss. Interessant. Interessant. Ich glaube, Holger und ich können diesmal auch schön viel Leben holen. Ähm. Und ich werde viel leben lassen. Schaff mir wohl die 99. Ich auf jeden Fall. Ja, du schon. Das ist aber auch keine Leistung. Na und? What? Alter! Wieder hinterher wird dieser Spaß. Oh, das... Oh, yo! Scheiß drauf. Alter! Chris, der du muss wegen des Schaffens. Was hab ich denn gezahlt? Scheiß drauf. Stupid gravity. Ich hab' keine Wiki nicht benutzt. Anne, du hast nicht mehr einen bekommen. Es war ja drei Yoshi-Eye und aber sind nur zwei Aschi. So, could you please come? Hab' du das gerade gesehen oder richtig? Nein. Ja. Mit Mopsy auch kein Problem. So wie gesagt, der Luigi's Secret ist hier. Ja, sieht man da... Da ganz... Ach nee! Ich verreck doch! Ja, ich hab's nicht gesehen, als ich das erste Mal geschaut hab. Und ich geh diesmal nicht ins Ziel. Ich hab's nicht... Boah! Skill Pro. Schade drum. Schade drum. Ja, wir haben fast die erste Welt ganz komplett. Wir haben noch... Drei Level. Ich hab das Mondblöckchen übrigens nicht gefunden. Das ist scheiße. Scheiße. Wir müssen in jedem Level eins. In jedem Level ein Mondblöckchen finden, sonst ist das nicht 100%. Insgesamt 82 Mondblöckchen. So, zuerst dahin oder auf der anderen Seite. Part zu Ende? Fragezeichen? Ja, ich mein' ja nur, was wir im nächsten Part beginnen. Ah ja, okay. Wir hol' noch den Yoshi und labern mit dem und dann... Ich glaube... Yoshi! Ich bleibe mit Yoshi. Yoshi! Bestimmt weißt du, wo meine Leckereien finde ich. Ihr lauft ja einfach mal hinterher. Ende. Okay. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder bei Eichenheim 4. Himmlische Piranha-Pflanzen. Ciao, ciao! Was hat es euch gefallen? Bis zum nächsten Mal. Und Tschöö! Tschööööe Tschöööö.